Ballaststoffe sind wichtige Nahrungsinhaltsstoffe für eine gesunde und gesundheitsfördernde Ernährung. Ballaststoffe kommen als lösliche und unlösliche Ballaststoffe in der Ernährung vor, insbesondere in Obst, Gemüse, Salaten oder auch in Vollkornprodukten wie Vollkornbrot. Ballaststoffe fördern die Gesundheit nicht zuletzt darüber, dass sie das Mikrobiom stimulieren im Gastrointestinaltrakt und dadurch antientzündliche Wirkungen auf den Organismus ausüben und chronischen Erkrankungen vorbeugen. Die Empfehlung lautet 20 bis besser 30 Gramm Ballaststoffe täglich zu sich zu führen. Das entspricht in der Regel 4 bis 6 Portionen Obst oder Gemüse pro Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017